Fußballzauber ist der neue Jungs- und Mädchen-Fußball-Ferien-Spaß mit der All-Inclusive-Betreuung in ihrer Region. Hi, herzlich willkommen zum Fußballzauber-Fußball bei RPA1. Mein Name ist Dominik Stumpf und ich bin Leiter der Fußballschule. Viel Spaß mit dem Clip und auf unserer Seite. Alle Spieler trainieren mit den modernsten und hochwertigsten Mitteln, erhalten Trikot, Hose, Stutzen, Trinkflaschen, Laufanalyse, Kotze. Starte mit uns ab dem 30.03.2015 beim VFR Friesenheim in die Saison. Also schnapp dir deine Schuhe und trainiere auch du, wie die Stars. Jetzt bist du an der Reihe.